Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Chaos zum Ferienstart an vielen deutschen Flughäfen. Reisende waren mitunter vier Stunden vor Abflug da. Dennoch annullierte Flüge, zu wenig Personal. Da kann die Laune schon mal auf den Tiefpunkt sinken. Ja, was die Bundesregierung plant, um den Ferienstart reibungsloser zu gestalten, dazu später mehr bei uns in der Sendung. Damit willkommen zum Nachtmagazin. Zunächst blicken wir nach Frankreich. Da ist heute Abend ein Prozess zu Ende gegangen, der in die Geschichte eingehen wird und der das Land traumatisiert hat. Am 13. November 2015 detonierte beim Stade de France Sprengstoff, gerieten Pariser Lokale unter Beschuss, wurde im Konzertsaal Bataclan ein Blutbad angerichtet. Am Ende waren 130 Menschen tot, viele Hundert wurden verletzt. Es waren die bisher tödlichsten Anschläge des sogenannten Islamischen Staates in Europa. 19 von 20 Angeklagten wurden am Abend in allen Punkten schuldig gesprochen. Friederike Hofmann. Schneller, stärker, größer. Die NATO vollzieht einen 180-Grad-Richtungswechsel und stellt sich beim Gipfel in Madrid neu auf, vor allem gegen Russland. So sollen künftig mehr als 300.000 Soldaten innerhalb kürzester Zeit kampfbereit sein. Außerdem werden an der sogenannten Ostflanke an der Grenze zu Russland und Belarus deutlich mehr Truppen stationiert. Und das Militärbündnis wächst weiter. Die Aufnahme von Schweden und Finnland ist jetzt nur noch Formsache. Bedeutet das aber auch, dass die Allianz weder hirntot noch obsolet ist, wie er von Freund und Feind in den vergangenen Jahren bescheinigt wurde? Stefan Schaaf. Über Jahrzehnte gehörten Finnland und Schweden keine militärischen Bündnisse an. Doch der russische Angriffskrieg in der Ukraine veränderte die Situation. Beide Länder sind nun auf dem Weg in die NATO. Und auch in Schweden selbst tut sich was. Seit Jahresbeginn gibt es einen enormen Zulauf zur sogenannten Heimwehr. 25.000 Frauen und Männer haben sich seit Jahresbeginn beworben, sind bereit, notfalls mit ihrem Leben ihr Land zu verteidigen. Sie verpflichten sich je nach Funktion zu 4 bis 15 Tagen Dienst pro Jahr. Christian Blenker. Es klingt erst einmal gewaltig. Mit solchen stinkenden Abgasen soll ab 2035 Schluss sein. Soweit der Plan der EU-Umweltminister. Denn in 13 Jahren soll es keine Neuwagen mehr zu kaufen geben, die das umweltzerstörende CO2 durch den Auspuff pusten. Allerdings können bis dahin noch jede Menge Benzin- und Dieselautos verkauft werden. Und diese können dann nach 2035 wie gewohnt an der Tankstelle ihre fossilen Brennstoffe bekommen. Nur eben mit der Auflage, dass die Autos dann mit synthetischem Kraftstoff E-Fuel fahren. Die FDP hat es sich für diese Zusatzlösung stark gemacht. Der Nutzen ist jedoch fraglich. Umweltverbände kritisieren ihn als Scheinlösung. Für viele Deutsche ist der Sommerurlaub die wichtigste Zeit im Jahr. Gerade nach zwei Corona-Sommern fiebern viele dieser Auszeit entgegen. In Nordrhein-Westfalen haben die Ferien bereits begonnen. Andere Bundesländer ziehen in Kürze nach. Doch wer mit dem Flugzeug verreisen will, muss im Moment vor allem eines im Gepäck haben. Geduld, Karin Münster. Ob für einige Lehrerinnen und Lehrer eine Flugreise in den Sommerferien überhaupt in Frage kommt, sei dahingestellt. Denn sie rutschen in den Ferien in schöner Regelmäßigkeit in die Arbeitslosigkeit. Nur um nach den Ferien mitunter in der gleichen Schule wieder eingestellt zu werden. Eine Strategie, an der manche Bundesländer trotz des Lehrermangels festhalten. Denn das spart reichlich Geld. Zwölf Millionen Euro sind es allein in Baden-Württemberg, in dem das Land die Verträge von 3.300 Vertretungslehrern auslaufen lässt, um sie während der Sommerferien nicht bezahlen zu müssen. Stefan Mayer und Markus Pfalzkraf. Bei der Schwimm-WM in Budapest haben deutsche Athleten weitere Medaillen gewonnen. Leonie Beck holte Silber im Freiwasser über zehn Kilometer. Und es gab noch weiteres Edelmetall. Jürgen Schmidt. Vielleicht finden Sie ja morgen ein kühles Nass, in das Sie hineinspringen können. Jedenfalls das Wetter wird morgen ordentlich heiß. Hier sind die genauen Aussichten. Also am besten noch mal gut durchlüften, um auch morgen möglichst lang einen kühlen Kopf zu bewahren. Das war es für heute vom Nachtmagazin. Die nächsten Nachrichten gibt es dann in der Tagesschau gegen 1.55 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht oder schlafen Sie gut. Jürgen Pfalz. Untertitelung des ZDF, 2020